Die DHV News vom 4. Mai 2018. YouTube-Zensurwelle abgeebbt. Englischer Ärzteverband für Legalisierung aller Drogen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Heute mit vier kurzen Themen recht schnell. Wir fang an nochmal mit dem Hauptthema der letzten Woche, die große YouTube-Zensurwelle. Scheinbar hat sich das erledigt oder macht Pause, wie auch immer. Mir sind keinerlei weitere Strikes, Kanallöschungen, Sperrungen oder irgendwas in der Richtung bekannt geworden. Auch bei uns beim Handverband gab es keine weiteren Altersbeschränkungen auf Videos. Die Woche davor hatten wir ja gleich vier auf einmal. Und es sind sogar Videos wieder aufgetaucht. Sense Media hatte noch sämtliche Videos auf privat geschaltet, als ich das letzte News-Video gedreht habe. Mittlerweile sind die Sense Media Kanäle der Micha und Green Germany aber komplett wieder am Start mit allen Videos. Und der Micha hat auch ein Erklärvideo dazu gemacht und ist also der Meinung, dass es ausschließlich an verlinkten Samenbanken lag, die dann bei den Videos unten drunter in der Beschreibung standen. Und Open Mind hat es sogar geschafft, seinen Kanal zu reaktivieren. Das dürfte ein äußerst seltener Fall sein. Habe ich so auch noch nicht gehört. Scheint nicht üblich zu sein. Aber mit über 300.000 Abonnenten ist Open Mind natürlich auch echt ein YouTube-Brecher geradezu schon. Jedenfalls für so einen spezialisierten Kanal. Seine Videos sind nicht alle online. Es sind nur wenige online. Aber er hat immerhin seine Abonnenten wieder. Und das ist natürlich ein schöner Erfolg für Open Mind. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin gespannt, ob dazu noch ein Erklärvideo kommt, wie die Kommunikation mit YouTube gelaufen ist, die ja ansonsten fast unmöglich ist, wie wir selber auch festgestellt haben. Also war das ein kurzes Strohfeuer? Sind da nur die Algorithmen durchgebrannt? Keiner weiß es so genau. YouTube selber äußert sich dazu nach wie vor nicht. Auch Journalistenanfragen werden nicht beantwortet. Insofern kann man nur spekulieren und hoffen, dass die Zensurwelle jetzt erstmal vorbei ist und da keine weiteren YouTuber gesperrt werden. Bloß weil mal Cannabiskonsum vor der Kamera zu sehen ist. Während Alkoholkonsum auf YouTube ja offensichtlich überhaupt kein Problem ist. Der GMM steht jetzt unmittelbar voraus. Der Global Marihuana-Marsch. Die meisten Events sind am Samstag nach Veröffentlichung dieses Videos hier. Und insofern passt auf, verpasst nicht euren Einsatz. Bei den Terminen sind auch teilweise Politiker dabei. In Duisburg zum Beispiel sind gleich zwei Bundestagsabgeordnete am Start. Woanders sind dann Landtagsabgeordnete dabei, Kommunalpolitiker und so weiter. Und ich glaube, der Richter Müller ist in Berlin mit einer Rede am Start. Das sind alles Leute, die sich für eure Belange einsetzen. Also lasst sie da nicht alleine stehen. Zeigt euren Support und zeigt es zum Beispiel auch den Medien, die sich Land auf Land ab dafür interessieren. Medienmäßig war der GMM jetzt schon ein Erfolg, bevor er überhaupt stattgefunden hat, weil im Vorfeld in den Medien schon viel darüber berichtet wurde. Also sorgt dafür, dass auch die Berichterstattung danach positiv ist und massenhaft Menschen auf der Straße zu sehen sind für die Legalisierung von Cannabis. Eine spektakuläre Neuigkeit gibt es noch aus England. Ein englischer Ärzteverband, der 26.000 Mediziner vertritt, hat sich für die Legalisierung aller Drogen ausgesprochen. Der Verband ist der Meinung, dass die Prohibition grundsätzlich gescheitert ist und mehr schadet als nutzt und dass die Energie, das Geld viel besser investiert ist in Prävention, in Behandlungen von problematischen Konsumenten als in Strafverfolgung. Und das ist natürlich beinahe spektakulär, wenn man sich anguckt, wie die deutsche Ärzteschaft immer noch reagiert. Deutsche Ärzteverbände, insbesondere Bundesärztekammer und so weiter, die immer noch auch als Sachverständige sich gegen die Legalisierung von Cannabis alleine schon positionieren. Und ja, da wird es langsam Zeit, dass auch die deutsche Ärzteschaft mal nicht nur darüber nachdenkt, wie gefährlich ist eine Substanz oder können nur völlig harmlose Substanzen legalisiert sein. Oder wie steht es eben auch mit der Prohibition? Erreicht die überhaupt ihr Ziel oder schadet sie mehr als sie nutzt? Der englische Ärzteverband ist jedenfalls zu dem Ergebnis gekommen. Noch eine schöne Nachricht aus Afrika. Mit Zimbabwe hat ein zweites Land jetzt nach Lesotho medizinisches Cannabis legalisiert und auch angekündigt demnächst Lizenzen für den Anbau von medizinischem Cannabis in Zimbabwe zu vergeben. Das kommt jetzt relativ schnell hintereinander nach Lesotho. Also der Riesenkontinent im Süden wacht langsam auf, was das Thema Cannabis angeht. So, das waren schon die inhaltlichen Themen und jetzt kommen noch ein Haufen Termine, insbesondere GMMs natürlich. Und die ganzen Global Marihuana-Marsches am Samstag, 5. Mai, nenne ich jetzt einfach nur mal ohne Datum hintereinander weg. Also Samstag, 5. Mai ist Global Marihuana-Marsch in Düsseldorf, in Viersen, in Wildeshausen, in Braunschweig, Halle, Augsburg, Erlangen, Dresden, Heidelberg, Passau, Weimar, Rostock, Nürnberg, Stuttgart, Mainz, Köln, Annaberg, Buchholz, Koblenz, Hannover. Sonntag, den 6. Mai ist dann der GMM in Duisburg. Zwei Termine zwischendurch. DHV-Ortsgruppen-Sitzungen, einmal die DHV-Ortsgruppe Rhein-Neckar in Heidelberg, Montag, 7. Mai und die Ortsgruppe Erfurt, Mittwoch, 9. Mai. Und dann kommen wieder Global Marihuana-Marsches, Donnerstag, 10. Mai in Ingolstadt, Samstag, 12. Mai in Münster, Dortmund, München und Freiburg und Ulm, alle am 12. Mai. Ja, wie gesagt, schaut euch das nochmal an unter handverband.de slash gmm2018. Da findet ihr auch die Startzeiten und die genauen Startorte und so weiter. Lasst euch sehen auf der Straße, pusht die Legalisierung und ja, wie immer, liked dieses Video, abonniert diesen Kanal und ich wünsche euch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend. Bis zum nächsten Mal.